Hashtag YOLO herzlich willkommen bei der Show mit Kritz. Wir sind heute hier in der Movement Dance Academy. Neben mir ist der PJ. Du bist, äh, was hast du für einen Titel? Deutscher Meister im Hip-Hop. Ja, er ist Deutscher Meister im Hip-Hop. Er kann also richtig gut tanzen. Das werden wir euch gleich in einem kurzen Videoaufschnitt auch nochmal zeigen. Aber wir machen hier ein Videoprojekt heute. Das ist das Videoprojekt Soulmate heißt das. Und da sind jetzt heute ganz viele Tänzer aus unterschiedlichen Städten hier. Und die erwarten jetzt einen Tanzlehrer aus den USA und gleichzeitig auch noch aus Berlin. Aber den Tanzlehrer gibt es nicht, denn ich bin da. Ja, und was die Leute jetzt erwartet, das seht ihr jetzt. Wollen wir abtauchen? Äh, müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen erwärmen. Für die Erwärmung habe ich mir extra jemanden aus Berlin geholt. Ja? Alles fresh? So, hi. Guten Tag. So, wir machen noch ein bisschen, äh, ja, neuen Style. Ja, ja, ja. Ich hab, ich hab ein bisschen was. Ich war mal eine Doppel in den, äh, in den Drehungsabend und hab mal so ein bisschen, äh, getanzt da. Ich hab früher ganz oft Breakdance gemacht, äh, viele Fistel, das ist so ne ganz neue Tanzspotart. Die ist jetzt auch wieder ein, äh, ganz, die ist jetzt im Trend. Wenn ihr da gleich mal sehen, das ist eine ganz schöne Sache und ich würde mich freuen, wenn ihr da schon mitmachen würdet jetzt. Ja, Fisteln, Uli. Na, Fistel, Videos, jetzt ist er schon. Ja, da bist du auch im Scheiß. Ja, da bist du auch im Scheiß. Ja, da bist du auch im Scheiß. Okay. Okay, los geht's. Ja, genau. Ja, los geht's! Ja, klar. Okay, los geht's! Okay, los geht's! Ahhhh! Ja, das ist ganz schön! Musik 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 1. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 15. 16. 16. 18. 21. 22. 22. 23. 22. 22. 23. Okay, jetzt kann ich schon ein bisschen was zu bauen werden, um die Lachdrappe zu finden. Schöne Entspannungsmöglichkeiten. Wunder, komm ich, ne? Das war vielleicht ein bisschen was hinsetzen. Ein bisschen ... Einfach mal auf ... Die Frau ... Die Rüfte 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 ... Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Und noch einmal, wenn es kommt! Sehr schön! Sehr schön! Einmal noch mal! Ja, sehr schön! Ja! 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 Und auch! Ja! 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 Wir sollten der Masse jetzt, Jetzt kommt alle zusammen, kommt! Woo! Yes! Das ist das, was ich meine Kurve und Freunde. Ich danke euch für's Zuschauen. Vielen Dank.